In 24 Stunden passiert in Krypto so viel wie in einer Woche in den traditionellen Märkten. Wir haben Inflationsdaten bekommen, die deutlich besser sind als erwartet. Die Märkte sind direkt bei Eintreffen dieser Daten aufgesprungen. Es gibt Updates zum Thema FTX und Binance. Binance hat den Deal offiziell abgelehnt. Und gerade eben hat Sam ein offizielles Statement nach über 48 Stunden Funkstille gegeben. Überraschenderweise gehen die FTX-Auszahlungen aktuell wieder los. Und der US-Dollar-Tether hat sich depackt, was das alles bedeutet. Ob jetzt der Tether in Gefahr schwebt und was mit dem Kryptomarkt passieren wird in der heutigen Folge Krypto-News. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da. Hier gibt es alles rund um das Thema Kryptowährung, Makroökonomie, Wirtschaft und vieles mehr. Und damit würde ich sagen, let's do this. Ja, besser hätte man es nicht sagen können. In Krypto passiert wirklich in 24 Stunden so viel wie in den Trendsvermärkten, vielleicht in einer Woche oder in einem Monat. Und zwar waren wir ja gestern noch absolut im tiefen Fall, als dann die News rausgekommen sind, dass das Liquiditätsloch bei FTX deutlich größer zu sein scheint als erwartet. Der Bitcoin ist tatsächlich auf 15.000 Dollar gefallen. Bei manchen Börsen sogar 15.500 Dollar. Und jetzt heute sind die Inflationsdaten rausgekommen. Damit fangen wir auch erstmal direkt an. Denn nach den ganzen, ganzen negativen News wollen wir doch auch mal wieder über etwas Positives reden. Denn die Inflationsdaten waren besser als erwartet. Wir haben bei der Jahresinflation 7,7% bekommen statt 7,9%. Das heißt, wir sind tiefer runtergefallen. Das heißt, die Inflation hat sich noch schneller verringert als erwartet, als die Märkte es erwartet haben. Und dadurch, dass sie es nicht erwartet haben, haben wir diese positive Reaktion gesehen. Nicht nur im Kryptomarkt, sondern vor allem auch in den traditionellen Märkten, Aktien, Gold. Selbst der Euro ist gestiegen, weil die Märkte quasi einschätzen, wenn die Inflation fällt, was sie aktuell tut, dann kann die FED quasi wieder ihre Geldpolitik drehen. Hier seht ihr die FED-Zinsrate. Das heißt, sie kann die Zinsrate wieder senken, die Geldpolitik ändern und die Kurse auf den Märkten quasi pumpen. Das ist etwas Positives. Falls ihr euch noch richtig erinnert, habe ich euch ja darauf hingewiesen, dass vor allem diese Inflationsdaten wichtig sind. Aber wenn wir jetzt hier in der Timeline quasi ein bisschen weiter nach rechts scrollen, ihr seht dieser gelbe Strich, dieser gelbe vertikale Strich sind die Inflationsdaten. Dann kriegen wir die nächsten Inflationsdaten vom nächsten Monat einen Tag bevor das nächste FED-Meeting und das letzte FED-Meeting für dieses Jahr passiert. Das heißt, da wird sich dann zeigen, ob dieser Trend, den wir jetzt hier sehen bei der Inflation, ob der bestätigt wird oder nicht, ob es weiter runterfällt, mehr als erwartet vielleicht sogar oder nicht, oder ob es wieder ansteigt und danach, einen Tag danach, wird ja die FED dann reagieren. Das heißt, nächstes FED-Meeting 34 Tage und aktuell zu 80% nur 50 Basispunkte. Zwischendurch kommen natürlich auch noch wichtige Daten, aber das zu den Inflationsdaten und das, warum der Kurs beim Bitcoin gepumpt ist, wenn wir jetzt mal genau schauen und davon ausgehen, okay, der wurde ein bisschen davor geleakt, ein 11% Pump vom Bottom-Bottom. Beim Bitcoin sind wir jetzt hier 15% schon gepumpt. Jetzt aber wieder zu etwas schlechteren Nachrichten, Update zur Situation. Ich habe im letzten Video schon gezeigt, die Leaks, dass es quasi sehr unwahrscheinlich ist, dass Binance FTX übernehmen wird. Und wenige Stunden danach ist rausgekommen, offiziell von Binance, dass sie es nicht machen werden. Als Resultat ihrer Corporate Due Diligence, das heißt, sie haben eine Risikoanalyse gemacht, sie haben in die Daten geschaut, haben sie sich dazu entschieden, nicht weiter in Verhandlungen mit FTX zu sein, die Börse zu übernehmen. Und als Grund dafür haben sie gesagt, dass die Issues, also die Probleme, außerhalb ihrer Kontrolle zu helfen liegen. Das heißt nochmal hier eine Bestätigung, dass das Liquiditätsloch nicht nur 1, 2, 3 Milliarden ist, sondern 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Milliarden. Und da kamen dann auch direkt die ersten Gerüchte, dass das Loch bei FTX 10 Milliarden Dollar groß sein soll. Bei FTX alleine nicht mal Alameda, da weiß man ja gar nicht, was da abgeht. Und jetzt seitdem wir den Tag hinweg ist, noch mehr Klarheit angekommen. Wall Street Journal hat berichtet, dass knapp 16 Milliarden an Kundengeldern auf FTX lagen und davon knapp 10 Milliarden an Alameda geliehen wurden. Wie? Alameda hat quasi ein Liquiditätsproblem gehabt. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was da eigentlich Sam wirklich falsch gemacht hat, wie er wirklich mit unseren Assets gambelt hat. Und da Sam quasi der Fauna von beiden war, hat er denen dann das Geld hintenrum gegeben und hat quasi nicht erwartet, dass plötzlich alle ihr Geld gleichzeitig auszahlen, weil sonst hätte es ja kein Problem ergeben wie beim traditionellen Bankensystem, einfach nur noch lächerlich. Und angeblich sollen auch nur Sam und zwei bis drei Personen innerhalb seines Inner Circles überhaupt davon gewusst haben, was da wirklich passiert ist. Das heißt, wir haben hunderte von Mitarbeitern bei FTX, die gar nichts wussten, bis zum Ende nichts wussten und die auch von ihrem Arbeitgeber belogen wurden. Also hier ein massiver Lügner an dieser Stelle. Und jetzt nach ganz, ganz langer Funkstille hat sich Sam, Sam Bankenfright, der CEO, endlich gemeldet und hat ein Statement gemacht, hat sich entschuldigt und gesagt, dass es seine Schuld ist, dass er Verantwortung und Transparenz hätte sehen können. Er beschreibt es relativ komisch. Er sagt, er dachte, sie haben keinen Hebel und er dachte, dass die Liquidität, die sie haben, 24-fach so groß ist wie die, die sie täglich benötigen. In der Realität war es dann aber anscheinend so, dass sie ein 1,7er Hebel hatten. Also er behauptet es so, als hätte er es nicht gewusst, was absoluter Schwachsinn ist. Ich glaube, ihm kein einziges Wort. Er hat ganz klar gewusst, was passiert ist. Und er war wahrscheinlich auch die Person, die überhaupt Alameda dieses Geld zur Verfügung gestellt hat in Return für irgendeinen Kredit, den Alameda nicht zurückzahlen konnte. Das heißt, die Liquidität war 0,8x Sundays Withdrawal. Das heißt, 0,2 fehlen. 5 Milliarden Dollar an Withdrawals am Sonntag. Er sagt, er war schlecht darin zu kommunizieren. Er entschuldigt sich dafür. Und er sagt, dass seine Nummer 1 Priorität ist, jetzt erstmal, dass die Leute ihr Geld zurückkriegen. Dann die ganzen Investoren, BlackRock und so weiter, Sequoia Softbank, die dahinter standen. Und dann die Mitarbeiter. Das heißt, aktuell sagt er, sind wir dabei, die ganze Woche neue Geldgeber aufzutreiben, um den Nutzern das Geld zu geben. Er kann keine Promises machen, aber er wird es versuchen. Er sagt, die sprechen gerade mit vielen, vielen verschiedenen Personen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube ihm an dieser Stelle kein Wort. Aber ich denke, wenn wir uns gleich die Daten angucken, dass das tatsächlich zu einem gewissen Grad stimmen könnte. Und ich hoffe es. Ich bin optimistisch. Ich habe siebenstellig auf FTX noch liegen. Ich bin auch davon betroffen. Ich hoffe, dass ich mein Geld rauskriege. Das wäre natürlich super positiv. Hier steht auch, jeder Penny von jedem Geld, was sie kriegen werden, und dem restlichen Collateral wird direkt zu den Nutzern gehen. Danach die Investoren, alte und neue. Danach Mitarbeiter. Was bedeutet das jetzt ab jetzt? Er sagt, Alameda wird jetzt nicht mehr traden. Vor allem nicht mehr auf FTX, was ja Schwachsinn ist, weil keiner mehr auf FTX traden wird, nachdem das hier durch ist. Er behauptet, FTX US wäre noch vollständig liquide, weil es nichts mit FTX International zu tun hat. Also wir können erwarten, dass auf FTX US der amerikanischen Version jetzt wahrscheinlich ein Banklauf auch passiert. Und hier kommt etwas Interessantes. Er sagt dann am Ende noch, Also ich finde das absolut fehl am Platz dieses Statement, als wäre es irgendein Spiel, das er jetzt verloren hätte, als wäre es CZ's Schuld. Nein, Sam, du hast Assets von Nutzern im Austausch mit illiquiden Assets an deine eigene Firma verliehen, die dann damit spekuliert hat. Der Fehler liegt eindeutig bei ihm. Klar hätte CZ nicht so öffentlich angreifen müssen. Klar hätte das nicht so passieren müssen. Klar hätte man das hinter den Szenen regeln können, damit vor allem weniger Retail-Nutzer, weniger normalos zu Schaden kommen. Aber der Fehler liegt ganz klar bei ihm. Das ist kein Spiel, was irgendwer verloren oder gewonnen hat. Du hast es ermöglicht, dass überhaupt dein Angriff passieren kann und das hätte nicht passieren sollen. Du hast das Vertrauen der Menschen bereucht, gelogen, misskommuniziert. Also meiner Meinung nach absolut nichts, was man diesem Statement abgewinnen kann, was positiv ist leider. Es sind jetzt auch noch mehr Neuigkeiten, vor allem über Reuters rausgekommen, was denn jetzt SBF, also Sam, wirklich gemacht hat. Anscheinend hat er damals, als Three Arrows Capital auch hochgegangen ist, Alameda quasi gerettet, indem er Alameda 4 Milliarden an Assets zu einem Zeitpunkt transferiert hat und als Security FTT-Token bekommen hat. Das heißt, CZ hatte, wenn das stimmt, ich weiß es nicht hundertprozentig recht damit, dass er es mit Luna verglichen hat. Denn wenn FTT das Backing für echte Assets ist, die dann Alameda aber nicht hat und verzockt hat und FTT dann fällt und Alameda FTT nicht retten kann, dann zerbricht das Kartenhaus quasi. Und das ist jetzt auch so passiert, was einfach absurd ist. Ich verstehe es bis jetzt nicht, wie man wegen eigener Gier quasi seine eigene Trading-Filme lieber retten kann, statt die Börse, bei der Millionen von Menschen dir mit ihrem Geld anvertrauen. FTX hat ja jetzt gesagt, dass sie ja mit vielen Personen in Kontakt sind. Einer dieser Personen sind zum Beispiel Kraken oder auch Temasek, also der Singapur-Staatsfonds. Da gibt es jetzt auch noch keine Neuigkeiten. Das heißt einfach nur abzuwarten. Das Interessante ist, dass jetzt innerhalb der letzten Minuten, wirklich kurz vor dieser Aufnahme, es angefangen hat, dass auf einmal wieder Auszahlungen über FTX passiert sind. Wenn wir uns das mal hier anschauen, seitdem die Auszahlungen hier gestoppt sind und ihr seht hier unten, flach nichts passiert. Jetzt geht es hier wieder los. Auszahlungen allein in den letzten 10 Minuten wurden etwas mehr als 2 Millionen Dollar über Ethereum rausgezogen. Und jetzt kommen sie sogar noch mehr rein. Wer weiß, was da passiert, von wem da das Geld gerade ausgezahlt wird. Ich hoffe wirklich, dass wir alle unser Geld bekommen. Auch ich habe meine Auszahlung nochmal versucht neu zu starten und würde jedem jetzt sagen, wenn ihr noch Geld auf FTX habt, versucht es auf jeden Fall noch auszuzahlen. Ich hoffe wirklich nur das Beste. Was aber auch sehr interessant ist, ist, dass USDT, der größte Stablecoin der Welt, heute seinen Pack verloren hat. Das heißt, unter einen Dollar gedippt ist, den man ja für einen Dollar immer bei Tether in echte Dollar auf sein Konto umwandeln kann. Das heißt, dieser Coin, der eigentlich immer umwandbar sein sollte, hat seinen Pack verloren. Warum verliert er ihn? Naja, weil sie vielleicht nicht wirklich gepackt sind. Ähnlich wie bei der FTX-Situation. Wenn das hier mit Tether der Fall wäre, wäre das natürlich absolut verheerend für die gesamte Kryptowelt. Da gab es aber ein paar interessante Theorien. Und zwar teilweise, dass Alameda 250 Millionen USDT auf der Chain verkauft haben soll, um eben Panik auszulösen. Ähnlich wie Binance bei FTX mit FTT. Wenn die USDT-Pairs dann steigen, steigen die Perpetual Contracts, egal wie der Kursverlauf ist, weil einfach der Nominator ja fällt. Das heißt USDT. Dadurch würde dann Alameda, weil sie ganz viel Solana besitzen, sehr, sehr viel Geld verdienen und potenziell damit wieder liquider werden, um Assets wieder zu haben. Das sind nur Theorien. Ich weiß es nicht. Alles nur Spekulationen. Jedenfalls hat der CEO von USDT, Paolo Arduino, beziehungsweise, ne, der CTO, sorry, gesagt, hey, alles ist gut. 700 Millionen Auszahlungen in den letzten 24 Stunden. Wir machen weiter. Vorsichtig, vorsichtig ist mit Voice zu genießen. Tether is safe, Assets are safe. Das sind ja die gleichen Worte quasi, die Sam damals gemacht hat, nachdem er dann den Tweet gelöscht hat. FTX is safe, Assets are safe. Also ich glaube persönlich, dass Tether safe ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich aktuell, weswegen ich niemandem aktuell empfehlen würde, hier hin und her zu spekulieren. USDT ist übrigens auch nicht der einzige Coin, der gerade aktuell unter einem massiven Exodus quasi steht. Auch USDT wird massivst von allen Börsen ausgezahlt. Und wenn wir uns hier mal aktuell die Flows von anderen Coins, wie beispielsweise Ethereum anschauen. Ethereum. Mehr als eine Million Ethereum hier in blau sind in den letzten drei Tagen von den Börsen gezogen worden. Wenn wir hier auf Bitcoin schauen, dasselbe bei Bitcoin. Ihr seht diesen starken Abverfall. Seit dem 7. November hat sich die Bitcoin Reserve auf allen Börsen kombiniert um 100.000 Bitcoin verringert. Das ist natürlich unglaublich viel Geld. Wie ich ja in meinem letzten Video erwähnt habe, ist es einfach aktuell nicht wirklich sicher. Ich weiß nicht, was mit USDT passiert. Ich hoffe, dass sich das wieder regelt, denn ich halte auch Tether. Ich halte auch BOSD. Halte ich für BOSD sicherer als Tether? Keine Ahnung. Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz meine Empfehlung an dieser Stelle und meine persönliche Meinung ganz klar an dieser Stelle. Ich komme auch gleich nochmal auf den Kurs zu sprechen. Aktuell sollte man wirklich versuchen, so viel Geld wie möglich, was man eh nur rumliegen hat, auf einem Hardware-Wallet, wie zum Beispiel Ledger, zu haben. Dafür habe ich das auch in meiner Videobeschreibung verlinkt, damit dieser Kanal weiterleben kann, damit wir keine Werbung auf diesem Kanal schalten müssen, damit ich diese Videos weiter produzieren kann. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung verlinkt. Ledger, das Hardware-Wallet, könnt ihr euch über meinen Link holen. Oder die Börsen, die einzigen Börsen, die ich aktuell benutze, sind einmal Binance zum On- und Off-Rampen, das heißt zum Kaufen und Verkaufen, auch verlinkt, und BitGet zum Traden. Aber wie gesagt, sobald ihr nicht mehr tradet, ziehe ich es sofort auf die Hardware-Wallet. Also zum Traden benutze ich BitGet für On- und Off-Ramp, also Fiat, Ein- und Auszahlungen, Binance und Ledger als Wallet. Nichts anderes kann ich aktuell empfehlen. Sobald die Position schließt, meiner Meinung nach auszahlen, wenn ihr vorher länger keine Position zu haben, auch wieder auszahlen, weil man weiß aktuell gar nichts. Binance hat jetzt vor bald komplett Proof-of-Funds zu veröffentlichen, BitGet auch. Bis dahin wäre ich sehr vorsichtig, was den Bitcoin-Kurs angeht. Ich habe es schon getweetet, wenn das mit FTX nicht passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich jetzt ein Bitcoin bei über 25.000 Dollar und Ethereum bei 2.000 Dollar gesehen. Tja, was soll man dazu sagen? So etwas passiert und für mich markiert das wirklich einen Punkt in diesem Bärenmarkt, den ich wirklich Peak-Bier-Market-Vibes nennen würde. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das hier wirklich das Bottom ist, dass das hier das Ende ist. Natürlich kann es noch deutlich tiefer gehen, weil wir nicht wissen, was das alles noch für Implikationen haben kann. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Inflationsdaten positiv sind, kann es sein, dass der Bitcoin hier aus diesem Loch rauskommt. Wenn wir ein bisschen positives Momento, ein bisschen Aufwind kriegen, vielleicht irgendwelche Institutionen FTX wirklich retten. FTX danach von einer anderen Börse eingekauft wird. Das Thema beseitigt ist Alameda, ihre Kredite abbezahlt. Wer weiß, man sollte nie aufhören optimistisch zu denken, realistisch aktuell. Gibt es aber keinen Grund, da irgendwie Vorfreude zu haben. Ich persönlich habe Bitcoins gekauft bei 15.000 Dollar, ich werde mich auch weiter so verhalten. Ich trade auch gerade aktiv noch, weil es einfach viel Trade-Möglichkeiten in diesen volatilen Zeiten gibt. Natürlich nicht auf FTX, aber ja, alles andere liegt bei mir auf meinem Ledger-Wallet. Das liegt ja auch übrigens gerade noch auf diesem Tisch hier. Das war es, würde ich sagen, von dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Es gibt unglaublich viel Hate von vielen Personen, die versuchen, mir die Schuld für alles zu geben. Ich habe kein Problem damit. Leute, gebt mir ruhig die Schuld. Ich gebe mir selber die Schuld für meine Handlungen. Aber ob das irgendwem was bringt, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ich bezweifle, ist, ich gebe nicht mal Sam die Schuld. Natürlich gebe ich ihm quasi die Schuld dafür, dass das, was mit FTX passiert ist, dass er die Assets der Nutzer hin und her verschoben hat, spekuliert hat, ist absoluter Schwachsinn. Er sollte dafür beschraft werden. Aber am Ende des Tages habe ich mich dazu entschieden, meine Assets dort liegen zu lassen und ihm zu glauben. Ich hoffe, es wendet sich zum Besseren. Die Auszahlungen haben ja jetzt schon angefangen. Ich hoffe, sie bleiben bestehen und gehen vielleicht sogar mit erhöhtem Tempo weiter. Das war es von dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Peace.